Aber noch jetzt. Ja. Ich los, Heuger. Ich habe auf der Holophilien-Homepage das vertonte Hörbuch vom Arthur Dialog der Liebe mir heute Morgen angehört. Es ist einfach gigantisch. Es ist gigantisch. Es sind die einfachen Sätze und du wirst irgendwann einmal und du sage ich gleich mit der Frau Pfanne weg, ich rede jetzt mit den Geister, dass sich dieses Gespräch ausdeckt. Solange du nicht erkennst, was du selbst bist. Und da kann der Udo tausendmal erklären, das was ich dir erzähle ist hundertprozentig sicher von dir geistüberprüfbar, ohne großen Intellekt. Es widerspricht halt vollkommen von dem, was dir logisch erscheint. Das ist die große Falle dabei. Das wenn man jetzt lange Zeit Holophilien macht, dass ich von vornherein sage, kannst du das, was du glaubst, beschwören? Ich will jetzt nicht die Wiederholungen machen der letzten 100 Selbstgespräche. Es ist die Sätze, obwohl man das immer wieder wiederholen muss, weil du dir eingestehen musst, du vergisst es. Ich weise bloß darauf hin, dass ich sage, wir denken uns jetzt irgendeinen Zeitungsausschnitt, irgendein Thema, einen Text, eine DIN-A4-Seite über Politik, über Krieg, über Corona, über Religion, über Sekten, egal was es ist. Zeit aktuell für dich jetzt in deiner Zeit, die du jetzt als jetzt empfindest, plus minus aufgespannt einige Jahre zurück. Wenn du diesen Artikel tausend verschiedenen deutschen Menschen gibst, die jetzt, so wie du dir die ausdenkst, ganz normal in dem Deutschland, dass du dir ausdenkst, groß waren, die Menschen, die du dir ausdenkst, sind, werden in der Welt groß und leben in der Welt, die du dir ausdenkst. Ja. Du bist die Quelle dafür. Du wirst es irgendwann einmal merken, aber worauf ich jetzt hinaus will, wenn das jetzt hier tausend verschiedene Menschen den selben Artikel lesen, wirst du feststellen, dass jeder sieht, dasselbe Blatt Papier oder denselben Monitor mit denselben Worten draufstehen und jeder wird komplett mit den Worten komplett andere Vorstellungen in sich aufbauen. Wenn hier Politikernamen fallen, das ist eine elementare Erkenntnis. Dieses im Anfang war das Wort, das ist hundertprozentig sicher, wirst du aufgrund dieser Worte in dir Vorstellungen aufbauen. Ob der Ukraine steht oder Budin steht oder der Hitler steht, du baust Vorstellungen in dir auf. Und jetzt kommt das Problem, dass du hundertprozentig sicher bist, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert und du überhaupt nichts damit zu tun hast. Wenn du nur diesen einen Satz verstanden hast, wird sich alles in deiner Welt komplett verändert. Wenn du erkennst, dass das hundertprozentig sicher ist und dass alle anderen, die du dir jetzt ausdenkst, die dieselben Worte anders auslegen. Jeder für sich seine eigene Wirklichkeit aufbaut. Und wenn du jetzt diese Auslegungen, wenn die auf der Brüssel-Ebene geäußert waren, mit deiner Auslegung vergleichst, jeder, der eine andere Meinung hat zu diesen Worten, zu deiner Vorstellung, das ist für dich ein Lügner oder Schwubbler. Aber von ihm aus gesehen bist du der Lügner oder Schwubbler. Und jetzt kommt dieses Thema, ein simples Beispiel. Ist jetzt der Hinkler an einer Rasse rechts oder links? Lass uns das ausdiskutieren. Wenn die Tasse zwischen uns steht. Das demonstriere die Geistlosigkeit und setze für den Hinkler rechts oder links einfach. Die Politik ist jetzt rechts richtig oder ist links richtig. Egal, um was es geht. Diese Geistlosigkeit, die du jetzt erkennst, ist die Geistlosigkeit. Es ist deine eigene Geistlosigkeit, die sich nur aus dir herausspielt. Und du kannst dem von einem Moment zum anderen Einhalt gebieten, indem du dir einfach ganz ehrlich die Frage stellst, kann ich das, was ich glaube, was ich mir ausdenke, beschwören? Beschwören kannst du nur das, was du mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt hast. Alles, was du vom Hörensagen kennst, ist komplett Austauschbruch. Das heißt, ich betone das nochmal. Alles, was du, das ist ein vielen Selbstgesprächen drauf. Und jetzt schau ganz ehrlich in dich rein, das ist dieser Trick bei mir. Schau in dich rein, verdammt nochmal, mach dir bewusst, ob du das immer wieder vergisst oder nicht vergisst. Dein ganzes Weltbild, das du in dir aufbaust, das du vom Hörensagen kennst, neug dich ohne Ende und es wird dir jetzt das Genick brechen. Ich verspreche es dir. Dir wird dabei nichts passieren. Du wirst durch eine Höhe gehen und das ist, wie sieht es eigentlich aus, wenn man stirbt? Und jetzt frage ich mal Leute, jetzt rede ich wieder ganz normal auf der Brüssel-Ebene, frage ich mal Leute, die einen ganz schweren Autounfall gehabt haben. Die dann irgendwann wieder im Krankenhaus aufwachen. Das wird dir wieder fahren. Du wirst sterben in einem Krieg. Ich mache jetzt keine Drohung, sondern ich erkläre, wie die Matrix funktioniert. Ich rede jetzt mit einem Geist. Du bist ein absolutes Nichts. Dir wird nichts passieren. Es wird sich nur das, was du bisher zu sein geglaubt hast, auslöschen. Du wirst wieder wach werden, wieder als Brösel und zwar genau am Anfang von derselben Geschichte und du wirst dich so lange wiederholen, bis du erkennst, dass du was anderes bist, wie der Gedanke, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und glaub mir, ich weiß, ich Geist weiß, wovon ich spreche. Und das kannst du dir alles ersparen. Mit Holofeeling. Und jetzt betone ich nochmal, das ändert an deinem momentanen Leben, sagst du einmal nichts, Holofeeling mischt sich in deiner Rolle nicht ein. Du müsstest die bloß richtig spielen. Das heißt, zuerst einmal halte ich von allem raus. Du lebst dein Leben nochmal weiter. Ich rufe dich nicht auf, dass du auf die Straße gehst und für irgendeine Einseitigkeit demonstrierst. Dass du für irgendeine Partei bist, es ist immer selbst die Entheiligung. Du bist das heilige Ganze, das Kino, in dem sich der Film abspielt, in dem du selber mitspielst, wie in einem Videospiel. Und wenn ich jetzt sage, es ist austauschbar, wenn du 20 Jahre Holofeeling-Geschichte verfolgst, und ich muss jetzt chronologisch werden, obwohl ich sage, in der Vergangenheit war nie was. Der widerspricht sich ja laufen. Das ist eben genau der Trick bei Holofeeling, dass ich dir erkläre, dass beide Seiten wichtig sind, weil es die eine ohne die andere Seite gar nicht gibt. Es gibt keine Zukunft ohne eine Vergangenheit. Aber beides ist hier und jetzt gedacht, wenn du das in die Transfersalie drehst. Ein Wellenberg und ein Wellental kommen genauso wenig chronologisch nacheinander, wie sich hell- und dunkelchronologisch abwechseln oder einatmen und ausatmen. Wenn du das Jetzt-Denken verstanden hast, dass du praktisch definitiv alles, was du denkst, jetzt denkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, ich betone das immer wieder. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Du wirst sehr schnell erkennen, dass die Masse der Menschen um dich rum vollkommen geistlose Zombies, Antagonisten in deinem Raum sind. Mit denen kannst du genauso kommunizieren, wie mit KIs in einem Videospiel. Aber glaube mir, diese KIs als Dingern, ich bringe das überhaupt nicht mit. Und lass dich nicht irren, dass das alles so unheimlich real ist. Das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Es sind zuerst einmal deine von dir selbst erschaffenden, von dir selbst geträumten Informationen. Das ist immer das Spiel, zu glauben, nur weil du was vom Hörensagen kennst. Wenn ich sage, alles was Mikrokosmos ist, Makrokosmos, da kommen wir gleich nochmal drauf ein, da gehen wir drauf ein. Das ist diese Sache hier mit dem Zellinger, mit der Quantenverschränkung. Wieder ein Nobelpreis für einen absoluten Schwätzer, der im tiefsten innen ein sehr gläubiger Mensch ist. Wir haben hier zwei Videos, glaube ich sogar mit dir, Helene, wir schauen dann gleich nach, über Zellinger gemacht hier mit seiner Quantenverschränkung. Das Thema ist ja schon relativ lang aktuell. Jetzt hat er halt den Nobelpreis dafür bekommen. Und dann schauen wir uns das einmal genauer an und dann werde ich dir sagen, wo das Problem liegt. Das ist immer das Spielzeichen in den Quadraten mit drei Strichen. Das ganze Wissen deiner Menschheit, die sich einbilden, die wüssten irgendwas und merken gar nicht, dass das alle Sachen sind, die sie vom Hören sagen können. Und sobald es eine Autorität dir sagt, eine Autorität, die du ja postulierst, du denkst dir jemanden aus und du sagst, das ist eine Autorität und das ist ein Schwätzer. Ich sage, das sind alles Schwätzer. Alle Figuren in deinem Traum sind Schwätzer, geistlose Schwätzer. Es ist auf vielen Selbstgesprächen drauf. Das gilt übrigens auch hier für den Udo Petscher, den du dir jetzt ausdrückst. Der feine Unterschied besteht darin, dass ich dich immer wieder darauf hinweise, dass das Wertvollste, was es überhaupt gibt, sind deine Sprichwörter und Märchenbücher. Und deine Geschichtsbücher sind Märchenbücher. Du musst aber wissen, dass es hier um die Metaphern geht. Und es gibt ein schönes Sprichwort, das zitiere ich jetzt nochmal. Alle, die reden, die wissen nicht. Und alle, die wissen, die reden nicht. Und jetzt kommt das Schöne, dass der Brüsen Udo noch nie behauptet hat, dass er was weiß. Dieser laut, das Pixelmännchen jetzt. Aber er redet doch in einem Fot. Hör dich doch einmal ein paar hundert Selbstgespräche an. Du wirst feststellen, der labert in einem Fot. Also kann der doch gar nichts wissen. Das ist seltsamerweise der einzige Trockennasenaffe, der in dir auftaucht, der ganz definitiv sagt, ich bin bloß eine Figur in deinem Traum. Udo redet laufend und sagt doch dazu, ich weiß nichts. Und jetzt kommt der Sprung in die andere Seite. Ich weiß, ich rede aber nicht. Ich lasse den Udo in deinem Traum für mich reden. Ich inkarniere mich in dich als Brösel Udo, aber dieser Brösel Udo bin ich genauso wenig, wie du der bist, wenn du an dich selbst denkst. Mach dir kein Bild von Gott. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht dir eine Information auf. Auf Hunderten von Selbstgesprächen ist das drauf. Du musst dich bloß in deiner Personifizierung, wenn er Wehwehchen hat und schon bist du schon wieder voll damit beschäftigt, irgendwas loszubringen. Was zu bekämpfen, nicht zu lieben. Die allumfassende Liebe. Das ist es. Du müsstest dir einfach mal wirklich bewusst machen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist und du bist was anderes wie eine vergängliche Erscheinung in dir, sprich was anderes wie eine Information, die du selber erschaffst. Und wenn ich jetzt nochmal darauf hinweise, jeden Gedanken, den du denkst, da schaffst du eine Information in dir. Egal, wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst. Es ist hier und jetzt, weil du es denkst. Das gilt auch für den jetzigen Körper, den du denkst. Versuch einmal an den vergangenen Körper zu denken. Kannst du selbstverständlich dich als 20-Jährigen denken. Das ist aber nur ein Gedanke. Da wird dir klar, dass das nur ein Gedanke ist. Gut, dann bist du dieser Gedanke. Aber was ist, wenn du an den aktuellen Körper denkst? Dann entsteht ein sinnlich wahrgenommenes Körpergefühl. Das ist aber auch nur, wenn du es denkst. Weil das, was für Gedanken gilt, auch für deine ganzen Informationen, auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Sie sind immer nur hier und jetzt in dir drin. Es sind deine Informationen. Ich sage, Außeninformationen sind eine Illusion. Das ist das Nichts, das ich das inner-H-Alp und das außer-H-Alp. Das ist mein Diapositiv-Diap Negativ Beispiel. Das ist hundertprozentig sicher. Darum kannst du auch mit Holophilien kein Geschäft machen oder was. Es ist ein Spiel, das spielst du mit dir selber. Du musst nicht irgendeinen Gedanken, sprich einen Affen, einen Menschen, den du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen. Nur einen einzigen, nämlich dich selbst. Du hast nämlich komplett vergessen, wer du selbst bist. Und jetzt ist es, diese Austauschbarkeit gilt auch für jegliche Form von Vergangenheit, wo man dir erzählt. Das ist so extrem hartnäckig. Es war in der Vergangenheit nicht was, sondern es ist auch nichts da außen. Ich betone halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Die Bilder, be-il-et-e-a-re-preis hier heißt, im Kind erwacht. Die werden von dir in dir selbst erweckt, wenn du sie denkst und die sind immer hier und jetzt. Und jetzt kommt es als träumender Geist, denkst du dir was aus? Ist alles vollkommen okay? Du musst es bloß bewusst machen. Wenn ich jetzt sage, jetzt denk an ein Osterhaus, den kannst du jetzt dir ausdenken, du kannst, mein grünes Mastmännchen ist jetzt auf dem Mond landet. Kann man ja denken. Darfst du alles machen, ist vollkommen okay. Magst du es bewusst oder unbewusst? Und jetzt kommt die Frage, glaubst du dann wirklich, dass dieses grüne Mastmännchen da oben auf dem Mond jetzt ist? Wie sieht es aus mit dem Mond? Glaubst du, der Mond ist jetzt offenbar da außen? Egal was du denkst, es ist hier und jetzt, weil du es denkst. Das wiederhole ich immer und immer wieder und jetzt kann man die Kleinigkeit mit dem nachäffen. Das kann man so leicht abstellen. Du brauchst keinen Intellekt dazu. Du fragst dich einfach, kenne ich das nur vom Hören sagen? Oder habe ich es wirklich erlebt, kann ich es beschweren? Und du wirst feststellen, dass 99,9999 Bündchen, 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 Prozent all das Sachen, die dir hundertprozentig sicher erschienen sind, weil du so programmiert warst. Dass all diese Sachen mehr oder weniger nur deine Gedanken sind. Sie sind hier und jetzt in dir drin. Das ist hundertprozentig sicher. Weiß jetzt nicht, ob die mit dazukommt oder nicht. Doch, ich höre euch, ich sehe euch. Schau dir mal deine Kamera ein und aus. Aha. Wenn nicht, ist es furscht. Jetzt ist er da. Das ist eigentlich hier die große Erkenntnis und jetzt kannst du jetzt aufgrund dieser Bilder dir natürlich schon wieder welche ausdenken, die du skypen, die in der Vergangenheit miteinander geskypt haben. Das ist alles unheimlich logisch, aber du lebst in einer Welt von Interpretationen. Das ist hundertprozentig. Schau einfach, was ist, wo kommt jetzt die her, wo kommt das Pixelmännchen her? Und du hast ein reines logisches Konstrukt, wo du dir immer erklärst, das ist das Klingelingeling Beispiel, wieso dein Telefon klingelt, wieso die Haustürglocke ist, wieso du jetzt ein Fieben hörst, weil da außen Vögel sind und dir ist gar nicht bewusst, dass du permanent aufgrund von Reizauslösern, die jetzt in dir auftauchen, dir eine für dich logisch passende Vergangenheit dazu denkst. Und du wirst das wiederholen, du wirst das tausende Jahre wiederholen, wobei ich dir sage, ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wir ein einziger Tag. Bis du das verstanden hast und das zu verstehen, benötigst du wirklich kein intellektuelles Versuch. Was es dich macht, das macht dich all ein. Und dieses ein E, dieses E-Quadrat, das heißt, das sind wir zwei, das sind nur zwei, diese zwei sind ein und dasselbe. Das, wo ich immer sage, jetzt in der Symbolik, das ist der vom Bücherregal, der zum Lesen anfängt und während er liest, während das Programm in den Läuft verwechselt, er sich mit einer Figur in seinem Kopf, wie er sich selber ausdenkt. Der vom Bücherregal, der nicht liest, der nicht vergisst, wer er ist, der das auch nicht vergisst, während er liest, das ist der Zustand, der nächste Bewusstseinszustand, wo ich dich hinführe mit Holophilie. Und das ist ein Riesenunterschied, ob einer immer schwatzt, ich weiß, ich habe ja verstanden, ich bin ja nichts, ich bin ja bloß Liebe. Dieses Spiel habe ich einigen Geistesfunk mit ihrem Programm reichlich ins Bewusstsein geführt, dass das die allergrößte Fall ist, die es überhaupt gibt. Das sind geistloses Schwätzertum, die sich besser machen und es gar nicht merken. Du hast mich in dem Moment verstanden, wo du in keinster Weise mehr leidest und wo du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Das ist die rote Liebe, ist allumfassend, das erzeugt in dir ein Schmunzeln. Es ist keine Frage der Qualität, du hast jegliche Form von Qualität überwunden. Ein vollkommen wertfreies Schauen. Du schaust, was jetzt da ist, es ist. Und das, was jetzt da ist, ist weder richtig noch verkehrt, noch gut, noch böse, noch hässlich, noch schön, noch krank, noch gesund, du streikst sämtliche Adjektive weg. Jegliche Art von Wertung weg, dann ist nur noch das da, was jetzt da ist. Und du wirst jetzt feststellen, dass trotzdem ständig irgendwie in deinem Kopf auch Wertungen sind. Entweder die, die du mit deinem extrem fehlerhaft bestimmenden Intellekt definierst, oder dann irgendwelche Brösel, die in die Auftragung, wenn mehrere Brösel da sind, die dann jeder dieser Brösel in deinem Traum irgendwelche Wertungen in Bezug auf ein und dasselbe Objekt von sich gehen. Und dann schaust du dir diese Wertungen an. Doch hüte dich, diese Wertungen zu werden. Du schaust einfach, was ist. Es ist, und auch Wertungen sind dann. Aber da erkennst du Einzeitigkeit. Und ich habe versucht, das zu erklären, auch das muss man wiederholen. In dem Moment, wo du in dem Zustand bist und du beobachtest irgendwelche Wertungen, wird dir komischerweise sofort die Kollektion im Hintergrund bewusst. Das heißt, in dem Moment, wo einer hier von einem Gehirn spricht, ist dir klar, dass er eigentlich von einem menschlichen Körper, von einem trockenen Außen oder von einem tierischen, sagen wir mal, von einem tierischen Körper spricht. Das ist wie in einer Datei, weil ein Gehirn zwangsläufig aus einem Ordnung kommt, wo ich jetzt einfach mal Körper nenne. Wobei der Körper natürlich sehr abstrakt ist. Das kann ein Säugetierkörper sein in der Regel. Bis wir uns die Frage sehen, haben irgendwelche Nichtsäugetiere auch Gehirn nicht, sonst kannst du das zu mich beantworten. Die haben auch Gehirn, es muss nicht unbedingt ein Säugetier sein, aber dann wird dann schon wieder kommen, wenn es kein Säugetier ist, es ist eine primitivere Form von Leben. Das sind alles Definitionen. Genau genommen sind eigentlich nur Worte da. Diese Worte interpretierst du mit deinem derzeitigen Intellekt und glaube es mit der Licht extrem im Arkt. Also das Wissen ist nicht gefragt, das ich dir mit Holopheling vermittelt. Da gehe ich immer wieder darauf ein. Ich erkläre dir, was du bist und was deine Gedanken sind. Da wirst du zuerst einmal merken, das Trügereste, und ich kann jetzt diese uralten Beispiele bringen. Hör auf irgendwas, was du als logisch ansiehst, was du vom Hören sagen kannst, in irgendeiner Form zu beschwören. Es ist das Einzige, was ich von dir fordere. Kann ich das, was ich jetzt glaube, was mir hundertprozentig logisch seint, beschwören? Und dann wird dir bewusst, mit was für einem Riesenkack, übrigens auch in der Philosophie, in der Religion, egal in welchem Bereich, diese ganzen wissenden Menschen. Ich wiederhole nochmal, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlose Schwätzer ist. Ob das Theologen sind, ob das Mathematiker, Mathematiker, ich erkläre jetzt nicht nochmal das Wort Mathematik sind, es sind alles Mathematiker. Jeder normale Mensch, der in dir auftaucht, sprich jeder trocken nasen auf, ist ein Mathematiker. Er fährt auf den Gleisen seines gelernten Wissens. Das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an, ein bisschen mit Freude und Spaß, ein bisschen lächeln. Es macht Freude, das Leben muss Freude machen. Die Fähigkeit über alles und jeden zu lachen. Ich habe jetzt überhaupt nichts vorbereitet, ich bin auf Aufnahme gegangen, weil ich gesagt habe, wir lassen es einfach mitlaufen. Vielleicht gibt es einige Versionen von uns, ich nenne das immer Geistesfunk, das sind ja alles wir. Wir zwei. Es bin bloß ich und das zweite Ich ist derjenige, der in einem gewissen Maß hier jetzt sich als der Brüssel erlebt, der jetzt vom Computer sitzt. Der nur existiert, wenn du an den Körper denkst. Das ist das Spiel, wo ich immer wieder sage, und ich schalte jetzt da mal ganz kurz um und dann gehe ich ja mal hier rein. Das sind ja so Propheten gewesen. Dann habe ich die Wirbel noch stehen, das kann man ganz kurz anschauen. Das sind die schönen Zufälle, die hier passieren und worum es mir eigentlich geht. Ich fange mal hier an. die Tageslosung machen wir auf, die Bibelferse machen wir auf, das machen wir auf, das machen wir auf, das machen wir auf. Das, 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 das. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Das erste, das sind jetzt so Tageslosungen. Ich will da nicht genauer darauf eingehen, das ist ein Hebräischunterricht und da wirst du jetzt merken, da wird es erst einmal, ist jeden Tag in diesem Kanal, den kannst du her suchen, wir machen das einmal so, in diesem Kanal ist jeden Tag ist eine sogenannte Tageslosung, ist ein Bibelferse und der wird dann ganz theologisch absolut korrekt übersetzt, das heißt, er liest den es erst auf Hebräisch vor und man sieht jetzt hier schon diese Masorra. Ich lasse das einmal kurz laufen. Das ist der Artikel hier, der mit Ersatzdehnung gebildet wird, weil in dem Rech ja kein Tag... So sieht es aus, wenn du Theologie hebräisch lernst und da kommt jetzt diese ganze moderne Grammatik dazu. Was hier komplett diese ganzen Hand außer Augen lassen, sind meine wesentlichen elementaren Aussagen. Wir schauen uns hier mal neun Bibelferse an und da heißt es das erste Mal in der Umfahrung, ich bezeuge aber allein, die da hören, die Worte der Weisagungen dieses Buches. So jemand dazu setzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen und so jemand davon von den Worten des Buches dieser Weisagungen etwas weglässt, so wird Gott abtun seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, was in dem Buch geschrieben steht. Und du wirst jetzt feststellen an mehreren Stellen, ihr sollt nichts dazu zonen und ihr sollt nichts weglassen. Was hier passiert, der Originaltext, da gehe ich immer wieder drauf ein, die eigentliche... ...de vorderstehen kann. Die eigentliche Uhr, oder? Wir können ja mal den gleich aufmachen, Jesaja 42. Was war das? Jesaja 42.9. Na, ist ja gut. Na, nehmen wir den nochmal. 42.9. So. Da ist ein Moment. So, das ist genau jetzt dieser Vers. Das können wir jetzt im Original anschauen und ich habe jetzt das schon weglassen normalerweise und das ist jetzt das, das steht das so hier. Hier beginnt er. Der erklärt jetzt genau diesen Vers. Das frühere Sies ist eingetroffen und neues verkündigt ehe es hervorsprost. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in dieses Hebräisch reingehen. Was wichtig ist, diese Bündchen ist ein Hinzufügen, die in der Original, ich habe das immer ausgeschaut, die im Original gar nicht drinsteht. Jetzt bin ich irgendwo. So. Die im Original gar nicht drinstehen. Dieses Hinzufügen passiert zwangsläufig, das ist die Fokalisation und dann wird das Ganze mehr oder weniger in eine Grammatik rein. Es gibt dann hier Imperfekt, Perfektformen. Das muss man jetzt alles nicht wissen, weil man in den Bereich des Wissens gehen. Was mir wichtig ist, was du unbedingt verstehen musst, dass durch dieses Hinzufügen, durch diese Ausspracheregeln entsteht Grammatik, entstehen Zeitformen mit Perfekt und Imperfekt. Perfekt war dann hier zur Vergangenheit und der Imperfekt war zur Zukunft und du entheiligst dadurch die Worte. Da bin ich immer wieder drauf eingegangen, das heißt also schlichtweg und einfach, wir haben es eigentlich in erster Linie mit Konsonanten zu tun und wenn man sich das einmal anhört, ich lasse mal ein bisschen noch laufen, das erste, das hier. Rishonot, Rishon ist das erste und das ist eine Feminin-Plural-Endung, die ersten Dinge, siehe, die erst, also die ersten Dinge, nicht siehe, sorry, Entschuldigung, ähm, die ersten Dinge, also die vorher verkündigt, die früher verkündigt worden, früher und später gibt es im alten Hebräisch nicht, du kannst es in jedem Buch nachlesen, im alten Hebräisch gibt es bloß jetzt und durch diese ganzen Fokalisationspunkte, die man hinzufügt, wird das einseitig ausgelegt, zwangsläufig, wie ein Wellenberg, ein Wellental erzeugt, sobald du diese Punkte hinzufügst, magst du grammatikalische Regeln davon, das Ganze wird chronologisch, das Ganze wird einseitig, dich immer wieder darauf eingehen, wenn du irgendein einziges Wort nimmst, zum Beispiel, mein Standardbeispiel dazu ist dieses Penim, dann je nachdem, wenn du das Penim aussprichst, heißt es Angesicht, Ansehen, Anließe, Aussehen, Gesicht, wenn man das Penim ausspricht, wenn man das Penim ausspricht, ist es das Innere und Inneres, das ist natürlich jetzt noch relativ, das Innere, ob es Gesicht heißt, oder das Innere, hängt davon ab, wie du Fokale machst, die Konsonanten sind ja nur I, 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 ist jetzt das Problem, das heißt, sobald du was hinzufügst, wie man es ausspricht, lässt du den ganzen Rest weg, das ist diese Sache, sobald ich bezeuge, sobald jemand etwas dazu setzt, werden die ganzen Plaken, die in diesem Buch geschrieben werden, treffen und so jemand von den Worten etwas wegnimmt, so werde ich seinen Teil am Himmelreich an der Vollkommenheit wegnehmen, man muss das vollkommen lesen, und dann wirst du plötzlich feststellen, mit dem Programm geht es, da haben wir zuerst einmal hier, das erste, diese erstes Wort, wird jetzt nur durch diese Fokalisation, die hier übrigens beschrieben wird, durch diese Fokalisation, die hier beschrieben wird, wird das absolut korrekt übersetzt, aufgrund dieser Fokalisation, entheiligt, und dann heißt es hier, das ist immer die klassische, der erste, der früherer, der fürstmalige, das ist ja unser Berosche, die mitten dieses Kopf ist, was habe ich hier, das heißt doch mal steht, dass dieses Wort, wenn wir mal die Fokalisation wegmachen, heißt das ganz einfach, das heißt doch mal hier schon wieder ein Riesenschwall, der Kopf, der Führer, der Anführer, der Beginn, der Anfang, der Gipfel, der Höchste, die Spitze, das Hauptteil und der Ausgangspunkt von allem, all das bedeuten diese drei Buchstaben, der Anführer, die Spitze, Person stimmt nicht, das ist so, das wird dann übertragen, weil eben in dem ganzen westlichen Denken, ein Mensch zwangsläufig eine Person ist, das ist der Größte, eine Person ist was ganz was anderes, wie ein Mensch, eine Person, eine Person ist eine Maske, die der Mensch trägt, das ist ein Körper und ein Mensch ist ein ganzes Leben, das wo ich immer wieder drauf hinweise, aber wir schauen ganz kurz, wollte ich zwar jetzt nicht machen, wo wir dabei sind, das Haar von dieser Dickel, Haarosch heißt einfach, der Kopf, oder der Beginn, jetzt ist der Dickel dabei, der Kopf, der Führer, der Abendbeginn, das ist nur der Dickel, interessant, als nächstes kommt Not, das kann ich jetzt N.O.T. lesen, das heißt Wohnung, eine Wohnung, das heißt, der Kopf ist die Wohnung, dieser Kopf, ich sage immer, der roten Kopf wohnt alles, was du dir ausdenkst, aus dem Innersten nichts, kreat zu Echsen, Hilo, wohnt in deinem Kopf, hier und jetzt, in dem roten Kopf des träumenden Geistes, ist der Kopf eines träumenden Geistes, ist ein Symbol für ein Kino, wo ein Film läuft, wo der eigentliche Geist, der nichts ist, seine selbst ausgedachte Welt anschaut, egal wo du räumlich oder zeitlich was hindenkst, das ist hier und jetzt in deinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher, wir machen hier doch kein religiöses Geschwubbel, keine Esoterik, und schon gar keine vollkommen geistlos nachgehefte Naturwissenschaft, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, und dieses, ich sage immer, ich mache dir aus jedem Wort ein 400-Zeiten-Buch, nur mit einem ganz einfachen Spiel, das ist jetzt Ihr Kopf mit einem N, Ihr Kopf, Ihr Beginn, interessanter steht jetzt Kalkwappe, das ist auch das hebräische Wort für eine Kalkwappe, und ich verspreche dir, würde ich mir jetzt eine Stunde Zeit nehmen, dass wir zuerst mal in Wikipedia anschauen, was Kalkwappen sind, und dann schauen wir das Ganze an, und ich setze das dann um, in diesem System der Vatersprache, das raubt dir den Atem, das ist ein lückenloser Zusammenhang, und ich betone auch arithmetisch, wenn man für dies, ich erzähle dir was, wenn man dafür Zorn einsetzt, aber das will ich jetzt gut sein lassen, du wirst dann auch merken, dass hier dieses Wort erzählen, mit deinem Deutendlösen zur Kenntnis bringen, fällt dir da was auf in dem Wort, da steht Gitt, dieses Gitt alleine ist eigentlich der Penis, der Befruchtungspenis Gottes, das J kann man mal dazwischen rausschauen, da steht Gatt, das ist vom Glücksgott Jupiter, Gatt ist der Glücksgott Jupiter, dieser Glücksgott Jupiter, der erzählt dir jetzt was, das bin ich UB, das sind jede Kleinigkeit, wenn wir hier reingehen in die Verse, aber ich wollte das nur erwähnt haben, das machen wir jetzt gleich weg, weil das gar nicht so das Thema war, das Geheimnis liegt in den Hieroglyphen, diese Hieroglyphen, dieses Hieros, hier ist das Heilige, diese heiligen Glüphen, die waren alle entheiligt, diese Schriftzeichen, man benötigt zum geistreichen Deuten und Auslegen der göttlichen Hieroglyphen unserer Heiligen Schrift, wie der Name indogermanisch so andeutet, dass Deutsch, Deutsch-Deutsch, in Einsprachen deiner Welt, ist Deutsch-Gottesland. Das hat jetzt nichts mit dem von dir blauen, ausgedachten Deutschen zu tun, die den absoluten Tiefstand von Geistlosigkeit demonstriert. Das Spiel ist übrigens in jeder Evolution, Revolution desselbe. Das kommt bis zu einem gewissen Höhepacken und es muss jetzt vernichtet werden, dass was Neues in Erscheinung treten kann. Also es ist nicht, dass da was Schlimmes passiert und ich sage jetzt, diese ausgedachten blauen Deutschen gibt es eigentlich erst seit 250 Jahren. Vorher hat es den Begriff Deutsch in der klassischen Form, wie du Deutsch jetzt verwendest, gar nicht gegeben. In den Zeitsprüngen. Du bist ewiger Geist, du musst keine Angst haben vor einer Verwandlung. Hast du Angst gehabt, dein Säuglingkörper hat sich aufgelöst, dein Kinderkörper hat sich aufgelöst und es wird sich auch der jetzige Körper auflösen. Der löst sich schon auf, wenn du nicht an deinen Körper denkst, das ist hundertprozentig sicher. Du müsstest bloß das erste und das zweite Geburt halten. Dann wäre die ganze Sorge und das ganze Leid wäre dann vom Tisch. Also das ist auch hier in den ganzen Einbarnungsschriften extrem geprägt und ich nochmal, es geht mir nicht um intellektuelles Wissen. Du musst dir das, was ich dir jetzt erkläre, weder wissen noch, du musstest auch nichts wissen, wie du erwachsen worden bist. Was musstest du wissen, um in die Pubertät zu kommen? Gar nichts, das passiert. Plötzlich wächst dir ein Bart, plötzlich kriegst du, wenn du die Rolle eines Mannes spielst du Erektion und denkst nur noch an Weibszeug, außer du bist nicht schwul, dann denkst du an Kerle. Was übrigens alles, sucht sich keiner raus, keine Schutzzuweise. Du hast ein Programm und du musst das Leben leben. Gleich wird dich was. Egal, ob du dich jetzt als Mann denkst oder als Frau denkst, das ist im wahrsten Sinne das Wort Sekundär. Viel wichtiger ist, wer ist der Geist? Was ist der Geist, der sich jetzt in eine Rolle hineinversetzt? Auf der Bühne des Lebens und diese Rolle spielen muss. So wie du als träumender Geist, der auch an dich denkst und dich in irgendeine Welt hinein träumst. Aber das Ganze spielt sich nur in dem roten Kopf ab. So, und jetzt machen wir hier gleich, ich habe jetzt die einfach mal aufgemacht, das ist jetzt Quantenphysik, Nobelpreis 2022. Ein ganz, ganz wichtiges Datum. Bevor wir hier da gleich nochmal rein, was Zeit aus Menschen macht, mache ich springe jetzt spaßhalberweise ganz, ganz kurz heute in unseren Chat rein. Weil ich das heute Morgen reingestellt habe, da ist dieses Deeper Child in Time. 1970. Das Lied, und da hat jetzt hier ein süßes Kind mit der Zeit, wirst du die Linie erkennen, die Linie, die gezogen ist zwischen Gut und Böse. Ich sage jetzt, du wirst irgendwann nochmal im Laufe der Zeit die Linie erkennen, die gezogen ist zwischen Vergangenheit und Zukunft, das ist eine Transfasale, und die Linie, ich sage mal, zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Und jetzt ist natürlich, wenn man jetzt dieses Wort Time, Team He, Team He, das ist nur das englische, englische Wort Time mit hebräischen Buchstaben geschrieben, das heißt, die Überraschung, ein Wunder. Das ist, das Wunder passiert, dass Zeit immer jetzt ist. Drum ist das hebräische Wort für Zeit, da kommt jetzt jede Phase, und interessant ist, das Hase hebräisiert, das Dachtraum, Wachträumen, etwas vor sich hin träumen, da ist das absolute Weisheit, und wir träumen jetzt etwas vor uns hin, Augenblick für Augenblick. Die göttliche Weisheit wird so ein Hase, 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 ist der Dachtraum der Zeit. Die R heißt die geöffnete Berechnung, und diese Zeit tausendfach, wir haben vier hebräische Wörter, die unter anderem mit Zeit übersetzt wird, das Hauptwort, das man dazu benutzt, das ist Ed, und das steht einfach nur für eine augenblickliche Erscheinung. Bild, 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 jetzt, 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 ein ständiger Wechsel in der Transfersäule von Jetzt-Moment. Diese Erklärungen, nochmal, selbst die musst du nicht wissen, da brauche ich nicht viel Intellekt, wie das genau funktioniert, es reicht mir zuerst einmal, dass du erkennst, dass du Geist was anderes bist, wie eine von dir ausgedachte Information. Wenn du da den Fokus drauf legst, dich immer wieder in das Jetzt holst, das ist eigentlich das Wichtige. Und jetzt gehen wir mal hier in das gescheite Geschwätz von den Leuten, du kannst dir die ja her suchen, wenn du möchtest, und kannst dir dementsprechend einfach nur diese Daten eingeben. Halt, den brauche ich noch ganz kurz, dass wir den Spaß sehen, und jetzt habe ich hier Child in Time, das nochmal rausgestellt, mit Violet eingeräumt, und das ist jetzt von 1970, diese Live-Aufnahme Child in Time, das heißt eigentlich das Kind. Und wenn ich das Time lese, im eigenen Wunder, in dem Wunder, wenn ich das jetzt hebraisiere, wer sagt mir, dass ich das T-im, da haben wir schon, das Im ist das Meer, die Erscheinung des Meeres. Ich kann natürlich auch das Child, dann habe ich, zuerst einmal habe ich ein Chi, dieses C-H-I, im Hebräisch 18 geschrieben, heißt das Leben. Die ist eine Lichtöffnung, und das heißt, es wird geboren. Es wird geboren in Form eines Wunders. Und Börbel, wissen wir, das Pure ist das Los. Pass auf, ich wollte jetzt nicht so tief reingehen, schau mal, wir machen mal das Börbel-Hebräisch-Hime, das ist P-O-R, das ist es Los, das ist das, was du losmachst, das ist, du zerbrickst, und dann kriegst du eine Gedankenwelle in deinem Kopf. Und jetzt ist es interessant, dass dieses Börb, B-L-E, eine Erleichterung Börble, die Erleichterung, die milde, das affine Licht deiner Schöpfung ist. Und diese, diese, auch, Entschuldigung, ich habe ja das P-E-Z-A, P-E-R-E, das Wunder, das wollten wir, vergibt. Das ist das ungewöhnliche Wunder. Ich habe jetzt nur Purplay. Das ist das Child in Time. Meinst du wirklich, dass das alles Zufall ist, dass das wirklich dieses, wenn ich das hebräisiere, jedes Wort wird ein lückenloser Zusammenhang. Das ist das Wunder, dieses Los, das dir, das was du losmachst, wenn in dir was zerbricht, das ist das Wunder. Darum steckt in dem Wunder auch die Wunde drin. Im Griechischen nennt man das übrigens Trauma. Trauma, eine Traumschöpfung. Da beginnt jetzt die Vatersprache, dass du merkst, hey, Worte sind ja gigantisch, das ist ein einziger Zauber, eine Verzauberung von Worten. Auf jeden Fall ist das jetzt 1970, jetzt muss ich dazu sagen, dieses dass wir 2022 hier, wir alten Männer, die hier jetzt hier auf dem Selbstgespräch drauf sind, dass wir auf einem Die-Bürbel-Konzert waren. Da haben sich die Typen natürlich jetzt hier, jetzt schauen wir jetzt das ganz einfach mal an. Mal schnell hier. Oh, ich hab die gar nicht alle reingestellt. Das ist also hier, doch, ich muss das nochmal eins klären, Moment, ich hab zuerst einmal hier die 2022. Okay, das ist interessant, als Star mitwirken und Sterne aussehen strahlen. Wir, wir Geist, denken uns diese Stars doch aus. Die Stars unserer Jugend. Ich rede jetzt einmal ganz, ganz gezielt als Brüssel-Udo als Brüssel-Holgo und als Brüssel-Nadja. Wir sind jetzt ausgedachterweise Baujahr 57. Das sind diese, die Purple sind die Stars unserer Jugendwesen. Unsere Disco-Zeit mit 15, 16, 17, das ist zwar keine Diskothekenmusik, aber so in der Jugend, die ersten, wenn man fortgegangen ist in der Pubertät, ist genau diese Musik gespielt. Child in Time, das war das ganze Zeug. Und diese Stars, die streuen mir doch aus. Ich hab übrigens schon mal, wenn man das jetzt so liest, das sind zwei Kaff, das ist das absolut vorhandene, das bin ich vor dem Bücherregal und du als lesender Geist, aber wir sind in der Mitte miteinander verbunden, wenn wir das Blaumagen haben, eine Pluswelle, eine Minuswelle und das ist das Polare außen einer Gedankenwelle. Super. Ja, echt. Super. Jetzt pass auf, das war Brombachsee 2022. Das sind original diese drei Typen, die anderen sind weggestallt. Hier, Bassist, Sänger, Schlagzeuger. 52 Jahre später. Die, jetzt schauen wir mal, das war am Brombachsee. Schauen wir, was da jetzt passiert. Brom, BR, allefalls O-fokalisiert, heißt zuerst einmal, er schuf, er bildete, er gestallte, er machte sie, er brachte sie hervor. Wer denkt sich jetzt diese Stas aus? Mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo oder der Gedanke ein Gedanke wird so sein und das denken, was du denkst, du. Drum ist ganz wichtig, zuerst einmal die Kategorie drei Frage in Rot. Egal, was du jetzt erlebst, mit was du konfrontiert wirst. Du fragst dich, warum ist jetzt das? Und da stimmt immer eine einzige Antwort, weil ich das jetzt denke, weil ich das träume, weil ich das anschaue. Egal, wo du jetzt hinschaust, eine sinnlich wahrgenommene Information ist etwas, ich nenne es auf einer symbolischen Fall, Britte, auch eine sinnlich wahrgenommene Information ist eine Information von dir, du träumst, plus dann bist du in den vier Stufen der Vergessenheit und dreh einfach jetzt einmal den Gernkopf und dreh den Kopf, dann ändert sich das Bild auf deiner Frage, es ändert sich deine sinnlich wahrgenommene Information. Warum ist jetzt das? Dreh den Kopf nach links und frag dich, warum ist jetzt das? Weil ich das mir jetzt ausdenke, weil ich das anschaue. Dann schau nach oben, dreh dich rum, geh aus der Wohnung raus, egal wo du hinschaust. Warum ist jetzt das? Weil ich das jetzt denke, es ist hundertprozentig sicher meine Information, weil ich jetzt das denke oder in mir erschaffe. Darum heißt hier dieses Prom, er ist rot gelesen, es sind immer wir zwei, ich und du sind ein und derselbe Geist, ich bewusst, du unbewusst. Weil er ist schuf, da steckt auch die Logik des UP mit drin, weil F ist gleich B. Wer erschafft alles? Der Logos von UP. Glaub ich auch nicht, dass das zufällt, ich bin der, der ich bin und ich reiche dir meine Hand. Wir können aber noch weitergehen, dieses BR alleine. Das heißt hier schlichtweg und einfach unter anderem das Äußere und dieses OM ist die Mutter. Wobei da ein kleiner Unterschied ist, wir sind wieder in der Fokalisation, das Aleph kann alle Fokale auch nehmen. Genau genommen, pass auf, der Unterschied, ich mache mir einfach mal dieses OM, wenn ich das M ausspreche, ist es die Mutter. Im klassischen Hebräisch. Wenn ich das OM ausspreche, ist es die Schraubenmutter. Modern gesehen. Jetzt hast du eine logische Berechnung, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist deine Logos. Das ist die Beschwörungskunst von Toten Geistern. Das Äußere, und das macht jetzt diesen Brom-Paxi aus, das Äußere ist die Beschwörung von Toten Geistern. Er ist, in Wirklichkeit macht es aber der Geist und der erschafft, er schöpft aus sich etwas, er bildete. Schau mal, Beilet heißt, im Kind ist Ette, Ette heißt jetzt. Kein Witz. Ein bewusster Geist, Adi. Jetzt, nun, hier in der Gegenwart, nun heißt es zwei Existenzen, Wendball und Wendall, ist jetzt. Er, Beilet, B-I-L-D. Bild im Kind. Ette. Jetzt, er bildete jetzt im Kind. Übrigens auch Himmel und Erde. Oder ein Computer, oder ein Zimmer, oder Tür, oder ein Wald, oder ein Haus, je nachdem, was du gerade erschaffst. Genau genommen, schöpfst du das aus dir heraus, wenn sich in dir ein Bild bildet. Dieses Ette hat nichts mit Vergangenheit zu tun, das hast du nämlich auf Hebräisch jetzt, das passiert nämlich alles erst mit der blöden Fokalisation. Das ist der Prom. Dann haben wir natürlich der Bach, wo passiert es? Das passiert im Bruder, eigentlich passiert es in dem Geist vor dem Gehörergeil. Weil der, der zum Lesen anfängt, weiß von dem ja, der ist nichts. Wenn du einen spannenden Roman liest, hast du dich selbst ja vollkommen vergessen. Ich bin dein Bewusstsein, das ich selbst nicht vergiss, dann bin ich ja jetzt als Brüssel-Udo in dir aufgetaucht. Das ist Bach-Bach heißt im Bruder, unter anderem, das Ach heißt noch wesentlich mehr. Was das dann genau bedeutet, das entsteht erst durch die Fokalisation. Darum müssen wir die weglassen, weil sobald du eine Fokalisation, diese Zeichen, diese kleinen Bündchen um die Heilige Schrift herum machst, fügst du was hinzu und dann bleibt alles andere weg. Und dann haben wir noch das See. Prom, Bach, See. Das habe ich jetzt, das Doppel, das habe ich ja eh Quadrat gemacht und das ist ein rotes Sinn. Darum habe ich jetzt Violettmacht in der Kombination. Das ist das göttliche Lamm, das bin ich. Ich erschaffe es in dir. Ich bin der, der dich jetzt dieses Video-Gespräch träumen lässt und nicht der Brüssel-Udo, den du dir ausdenkst. Du hast schon wieder die Hierarchie dieser Fähigkeiten vergessen. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones sitzt, im Zentrum, wird sich hüten und leiden zu den Wasserquellen des ewigen Lebens. Das Wasser, das ich dir zu trinken gebe, ist rotes Wasser. Das ist das Buch des ewigen Lebens. Das war jetzt nur Kleinigkeit. Das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, weil wir waren hier und jetzt schauen wir mal dieses Geschwätz und so. Das ist der Nobelpreis. Ganz kurz zur Geschichte, wenn du dir das her suchst. Mein Auslöser war bloß die 222. Da passiert sehr, sehr viel jetzt. Harald Lesch reagiert auf diese Nobelpreisverleihung. Da ist ein kleiner Student, der hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Und jetzt hören wir mal genau zu. Ich starte bei 399 ein. Was natürlich auch wieder interessant ist, da bin ich aber schon ganz kurz in unserem Chat, glaube ich, darauf eingegangen. Hören wir mal ganz kurz zu, was er hier spricht. Wenn wir von Elektronen sprechen, eigentlich können wir gar nicht sagen, was ein Elektron ist. Wenn wir, wir Physiker wissen ja, wir Astrophysiker, wenn wir von Elektronen sprechen, können wir eigentlich gar nicht genau sagen, was ein Elektron ist. Und warum kann man das nicht sagen? Nur, es ist ein Begriff, der in seinen Schlussfolgerungen für uns eine große Bedeutung hat. Aber wir wissen nicht mal, wie groß ein Elektron ist, weil wir gar nicht... Das ist eine ganz klare Aussage. Das ist jetzt, was ich immer wieder wiederhole. Dieses Riesengeschwätz. Immer dran denken, was ist jetzt da? Cut. Einfach nur ein Pixelmännchen. Also werfe dem Pixelmännchen nicht vor, dass du sofort da bist. Und wenn du jetzt dir einen Professor Harald Lesch ausdenkst, ist der nur ein Gedanke in dir. Und ein Gedanke, den erschaffst du hier und jetzt und der wird so sein, wie er von dir gedacht wird. Und jetzt hast du eine Seite, dass du bisher ein Bewunderer, ein absoluter Bewunderer dieser Autoritäten und Kapazitäten warst, die ja nur Autoritäten und Kapazitäten sind, weil irgendwas in dir drin ist. Das ist dein Schwamminhalt, deine Logik, die dir eventuell aufzwingt, diese von dir jetzt gedachten Menschen, die du Wissenschaftler nennst, zu bewundern. Das ist die eine Seite und ich mache jetzt die andere Seite dazu, zeige mir die Weisen deiner Welt, dass das absolute Fortwursten sind, weil der gar nicht weiß, was er spricht. Zuerst einmal das Wort Atom, wo sie nicht wissen, was es ist, kannst du in einem Wörterbuch nachschauen und dann wirst du feststellen, dass wir einfach zuerst einmal erkennen, dass dieses Atom, wenn wir jetzt das auf Deutsch machen, wenn wir es sich gar nicht auskennen, dann mache ich hier mal zuerst dieses Wörterbuch. Ich bleibe ja in den normalen Büchern und dann schauen wir mal, was hier das Atom ist. Und dann wirst du zuerst einmal der kleinste charakterische Baustein der Elemente, der kleinste Baustein. Charakter ist schon ganz interessant, wenn ich weiß, was ein Charakter ist, das heißt nämlich das Eingeprägte und in diesem kleinsten Baustein Ötymologie und jetzt landest du bei Atomos und das heißt schlichtweg und einfach hier im Griechischen Unteilbar. Eigentlich genau genommen, wirklich heißt es, das kann man nicht zerschneiden, ungeschnitten, das Unteilbare. So und jetzt macht die Physik folgendes, dass ihr dieses, wie das Wort schon sagt, die Finger davon, das Unteilbare, das ist schlichtweg und einfach Schienlicht. Das logische Licht ist jetzt vollkommen weg, es macht, jetzt hast du mal Elementarteilchen draus, dass ein Atom aus Protonen und Elektronen besteht und dann gibt es natürlich zu den Protonen noch Neutrone und zu den Elektronen gibt es noch Positrone und dann kriegst du noch Quarks und Quanten und das nennt man den Teilchen so. Und jeder, jeder, der dir das erzählt, kannst du es beschwören. Ich bin wieder am Anfang des Gesprächs. Das kennst du vom Hörensagen und aufgrund, im Anfang ist das Programm, baust du jetzt in dir Vorstellungen auf, die du niemals aufbauen würdest, wenn nicht dieses geistlos nachgeerfte Wissen in dir drin wäre. Das gilt für die DNA, das gilt für Viren, für Krankheiten, den Fehler machen alle Erzte. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, demonstrieren dir diesen geistlosen Akt des geistlosen Nachäffers. Auch alle religiösen Menschen, dass ein Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Ich sage nochmal, je nachdem, ob man dir das Neue Testament eingehämmert hat in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit, wo nie was passiert ist und du merkst, der widerspricht sich ja noch. Nein, ich widerspreche mir nicht, ich mache bloß die eine Seite jedes Mal vollkommen. Oder ob man dir den Koran eingehämmert hat und wurde eben nicht gekreuzigt. Kannst du es beschwören? Kannst du das eine wie das andere beschwören? Du begehst den großen Fehler, dass das, was dir logisch erscheint, richtig erscheint. Obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du weißt. Und dann wirst du die Fehler merken. Das ist das, wenn ich dir sage, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder einzelnen Seite so eklatante Fehler, dass jeden 13-Jährigen, den ich darauf hinweise, die Haare zu vergestehen. Übrigens auch in den ganzen Medizinbüchern und Kochbüchern. Wo nur geistlos nachgeäffert wird. Ich mache, du kannst dir mal einen Test machen, einen kleinen mit einer Maske. Dann ist alles vom Tisch für dich. Dass du einfach, das habe ich in einem vorhergehenden Selbstgespräch gemacht, du holst dir eine FFP2-Maske und dann lässt du unmittelbar neben dir einen Menschen eine Zigarette rauchen. Das denken wir uns jetzt aus, das sind nur Worte. Und dann schaust du, wie lange du brauchst, ob du riechst, ob der neben dir raucht. Und du wirst feststellen, du riechst das sofort auf der Stelle. und dann recherchierst du in deinem Internet, wie groß diese Rauchpartikel sind oder die Geruchspartikel, die die Zigarette verlassen und du wirst feststellen, je nachdem, welche Internetseiten du aufmachst, das sind Werte zwischen zwei in der Regel zehnmal größer wie die Viren von Corona. Wenn du doch den Rauch sofort riechst und die zehnmal oder zweimal größer, je nachdem, welche Seite, jetzt kommt wieder, egal welche Internetseite du mir zeigst, ich zeige dir tausend andere Seiten, wo es genaue Gegner oder was anderes behauptet wird. Prinzipiell wirst du aber keine Internetseite finden, wo diese Rauchpartikel kleiner wären wie die Viren. Wenn du die doch sofort in den Rauch riechst, wieso soll dann die Maske von den Viren, die zehnmal kleiner sind, schützen? Jetzt fängst du an, selber zu denken, darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Gedanken, die du dir denkst. Mir geht es darum, was bist du und was sind deine Gedanken und du wirst irgendwann nochmal erkennen, was ich immer wieder betone, an dir hat sich in dem jetzt ausgedachten Leben, das du immer nur jetzt denken kannst, jeden Moment, jetzt kannst du denken, dass du in die Schule gekommen bist, jetzt kannst du denken, dass du aus der Schule rausgekommen bist, jetzt kannst du denken, dass du öfter geheiratet hast oder ein Kind bekommen hast, gleichgültig, ob du jetzt glaubst, du bist der Mann, ob du Vater geworden bist oder Mutter geworden bist, egal was du denkst, du denkst es jetzt und es ist hier deine Information, egal wo du dir es hindenkst. Und jetzt landen gerade die Amerikaner auf dem Mond, weil ich mir das jetzt denke. Da war noch nie einer oben. Was ist, jetzt steht hier und jetzt in meinem Kopf, du bist ein träumender Geist. Und das wirst du akzeptieren müssen, wenn du wach ran willst. Wenn du das nämlich nicht akzeptierst, wirst du niemals wach werden. Aber lass uns das nur kurz weiter anhören. Nicht so genau rankommen. So eine Eigenschaft wie der Spin, also dass wir einmal Spin Up und Spin Down haben, auch das ist keine Eigenschaft, die wir klassisch so einfach übersetzen können. Wir tun es zwar, aber wir können, und das heißt auch hier, diese Verschränkung selber ist ja eine Eigenschaft, die uns in der klassischen... Er rezidiert Wissen. Es ist hochgradig religiöses, geistlos nachgeheftes Wissen. Es ist nichts. Es gibt nur eine Weltreligion und das ist die Naturwissenschaft und es ist genauso geistlos nachgeheft wie das Christentum, das Judentum, der Buddhismus. Es ist alles, die ganzen Traditionen sind geistlos. Es ist eine einzige Welt, eine Traumwelt voller Deppen und Lügen, die dir demonstrieren, wenn man es nicht macht. Gleichgültig, welche Religion wir nehmen. Das müssen sich auch die, wenn ich jetzt jüdisch, wenn ich die Dora nehme, es geht hier bei Holophilien um ganz was anderes. Dann schau dir doch zum Beispiel ultraorthodoxe Juden an. Die sind uniformiert, genauso wie Buddhisten, uniformiert sind, wenn sie ihre rosa-roten Gewänder anziehen. Und dann schau dir, wie die an der Klagemauer stehen. Wenn sie ihre Traditionen machen und hier mit dem Kopf nicken und Gebete ihre Develien anlegen. Ich nenne das immer Hospitallismus. Geh in die Medizin und dann schau, was das ist. Das ist ein Gefangenenkoller. Und dann gehst du in ein buddhistisches Bloß dort in gewisse Sekten, die hinsetzen und stundenlang Sachen vor sich hinwurmeln. Warum? Weil sie so programmiert sind. Nein, die sind gar nicht programmiert. Das sind Gedanken, die von dir gedacht werden. Das sind einfach nur Figuren in deinem Traum, die dir demonstrieren, wenn man es nicht macht. So wirst du Freiheit nie erreichen. Meine Botschaft richtet sich nur an einen Allereinzigen, nur an einen Einzigen, an dich. unabhängig davon, wer du jetzt zu sein glaubst. Du wirst irgendwann feststellen, dass dein Glaube bestimmt, wer du zu sein glaubst. Und ich sage immer, ich mache dich zu einem Computer und ich gebe dir ein gewisses Programm. Das ist dein Intellekt. Der Geist bleibt der gleiche. Oder mache dich zu einem Leser, zu einem Schauspieler, der auf die Bühne geht. Das ist immer dasselbe Schauspieler, egal welche Rolle du spielst. Bloß du bist in der absoluten Vergessenheit. So, das ist einmal das Erste. Machen wir das weg. Im Bermuda-Dreieck der Quantenmechanik. Da gab es ja diese Rettungsinsel. Genau, das war die Natur. Das war im ersten Video. Wie funktioniert Quantenmechanik? Aber jetzt machen wir eine Expedition wieder raus ins Wasser. Natürlich ohne, hoffentlich ohne, dass wir da versinken. Aber da ist... Das ist jetzt das große Spiel. Und wenn wir hier reinschauen, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ich fordere ganz kurz, glaube ich, das war das Video mit der Verschränkung. Das ist dieses ganze Spiel mit dem Doppelspalte-Experiment. Da bin ich so reichlich drauf eingegangen. Das ist so feuer Fehler. Das ist so Hirnwichserei. All das ganze Zeug kannst du total vergessen. Das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Aber was dir erzählt wird, das ist wie mit die Atome. Das ist immer dieselben Sätze, wo ich bringe. Wenn einer einen Nobelpreis bekommt, auch jetzt der Zellinger, für etwas, wo es so leicht zu durchschauen ist, was da eigentlich das Problem ist in der Quantenverschränkung. Das sind alles Zeichen, ein Quadrat mit drei Stricken, Frau. Dieses schöne Beispiel von mir, wenn ich sage, Zeichen, ein Quadrat mit drei Stricken und jeder weiß keine Lösung, bis man das das erste Mal hinschaut und sieht dann die Lösung und zaubert sich ein Lächeln ins Gesicht. Wie kann das eine Teilchen, das eine Elektron, das mit Lichtgeschwindigkeit entgegensetzt zu einem anderen Elektronen, wissen wir, wenn wir das hier drehen, dass das gedreht wird. Da muss ja eine Verbindung bestehen. Ich sage, die Verbindung ist ganz einfach. Das bist du. Du bist das alles verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt, weil du dir das denkst. Und dass da außen kein Licht ist und kein Wind ist. Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Und alles andere sind logische Konstrukte. Ich würde jetzt sagen, man kann das easy, leicht programmieren. In unserer Alltagswelt scheint es jede Menge Zufälle zu geben, wie zum Beispiel der Sechsheim-Lotto. Die Wahrscheinlichkeit für das zufällige Raten der korrekten Zahlen liegt bei 1 zu 100 Millionen. Trotz dieser... Das stimmt übrigens nicht ganz 1 zu 6, Die Sechsheim-Lotto liegt bei 1 zu 14 Millionen. Das ist jetzt mit der Zusatzzahl. Das heißt, die 140 Millionen sind eigentlich nur, wenn du noch die Zusatzzahl, die Superzahl dazu nimmst, dann ist von 0 bis 19 nochmal mal 10, nehmen aber die eigentliche 6 aus 49 gab 1 zu 14 Millionen. In extrem geringen Wahrscheinlichkeit kommt es immer mal wieder vor, dass jemand im Lotto gewinnt. Doch das Ziehen der richtigen Lottozahlen ist ein rein subjektiver Zufall, der nur auf dem Mangel von Informationen beruht. Eine Person, die die Position der Kugeln und die Drehgeschwindigkeit der Lottotrommel genau kennt, kann mithilfe der Gesetze der Mechanik schon im Voraus berechnen, welche Zahlen gezogen werden. Für sie ist es also kein Zufall, ob genau deine sechs Zahlen gewinnen oder nicht. Das ist jetzt dieses klassische Wissen, hat die Welt so in eine Sackgasse geführt, in einen Determinismus, in eine Entgeistigung des Geistes selbst. Es wäre jedes dieser Videos wert, dass ich die Erklärung dazu gebe, aber wir schauen jetzt nochmal da ganz einfach den Zahlenwert an. Die 1642, ich hoffe, dass ich jetzt die... Wir schauen nochmal hier, pass auf, die 16, den Pyramidenwert 1642, ich will ja bloß ein paar, da gibt es natürlich wesentlich mehr, da ist das dann mal die Malerei und die Malkunst. Das ist das hebräische Wort für die Malerei und die Malkunst. Interessant, du musst wissen, M-Al heißt von Gott, wenn wir das so schreiben. M als Vorstiegel steht für von und das heißt auch vom Nichts, aus dem Nichts. Von, aus Gott heraus und da dieses All ja eigentlich, das heißt ja mal Nichts, das heißt, das ist aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Dieses Nichts, das letztendlich alles ist. Das ist der träumende Geist. Dieses Zentrum, ich nenne es immer der Punkt in der Kamera Obscura. Und diese Malkunst, dieser Maler, das ist Malerei. Das wird jetzt sehr interessant, dann können wir, wenn wir das blau machen, dann heißt dieses R, erweckt in sich einen Trümmerhaufen. Aus dem Nichts wird ein Trümmerhaufen erweckt. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Eine Steinhaufe. Jetzt müsste ich wissen, dass das hebräische Wort für Stein eben heißt. Und eine Haufe ist immer ein Berg. Das ist der Stein, der aufgehoben wird. Drum ist es ein Ge-I-Quadrat-Stein. Der Eckstein, der verloren gegangen ist. Als nächstes, 1642, haben wir einen Entwurf. Interessant, die Vorsilbe entweist immer danach, dass das Text ins Gegenteil, das ist etwas vor, ein Wurf. Da steckt auch das Wursch und die Wurzel. Der Begriff von der Wurzel mit drin, ich will es nur ansprechen. Und dann haben wir eine Kontur. Wir wissen, Tur heißt 3, die Tora, Tura, ist diese Reihe der hebräischen Zeichen, die werden zusammengeschmissen in einen aller einzigen Punkt. Das ist es Pi. Wir haben eine Kontur, machen wir mal das nächste. Jetzt ist es, er rollt etwas auf. Aufrollen. Das ist es Volumen. Dieses Volumen, dieses lateinische Wort, hat nichts mit Raum zu tun, sondern mit Kreisen. Das ist dieses ständige Auf und Ab. Und dann haben wir nochmal einen. Das ist jetzt augenblicklich momentan. Das ist das hebräische Wort für einen Augenblick. im Momend, Mom haben wir jetzt diese zwei M, die umeinander kreisen. Dieses momentane Augenblick. So, und jetzt starten wir hier mal ein, ein Selbstgespräch. Höre zu und wundere dich über dich selbst. Das starte ich bei 1642 ein. Das sind keine zufällig. Ihr weist da immer wieder drauf hin, weil alles aus einem absoluten Eins entspringt. Arithmetisch, es darf kein Judo verloren gehen. In dir, Gott ist der absolute Mittelpunkt, der Urge, bevor er geknallt hat. Und aus diesem Punkt entspringt dieses Geist, der reine Geist, aus dem, ich sage immer symbolisches Internet, aus dem entspringt jetzt etwas und wird so, das ist der absolute undenkbare Mittelpunkt, machen wir ein undenkbares Inneres und zu dem gehört ein ausgedachtes Inneres, entspringt eine Information, das heißt, du führst das, zuerst einmal ein Aus, herausführen aus der absoluten Einheit in die Besonderheit. Das ist deine Mom in deine Information und die denkst du dir jetzt zusätzlich noch aus deinem Kopf heraus nach außen. Das ist die Gedankenwelle. Innerhalb und außerhalb deines Kopfes. Und der Punkt, aus dem diese Welle... Das ist genau das jetzt, diese Malerei, die Malerei, das ist der Trimmerhaufen. Das ist jetzt natürlich jetzt, du denkst das natürlich ja so zeitlich chronologisch dir aus. Aber wieso ich jetzt da hingesprungen bin, weil jetzt da jetzt gleich ein bisschen weiter kommt nämlich der hier. Aber wisse, du bist was anderes wie irgendein Gedanke. Ja. Ist zufällig. Dann könnte ich meinen, dass diese... ...modellpreisregel. Interessanter Name beginnt mit Zell. Das heißt Schatten, die Geburt von Licht. ...messung mir eine Eigenschaft aufdeckt, die schon existiert hat, nicht? Alles, alles, was jemals angeblich von dir in die Vergangenheit gedacht wird und alles, was möglich ist, in die Zukunft zu denken, ist hier und jetzt da in dir und es wird, wenn es zu existieren beginnt, immer nur hier und jetzt existieren. Egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Und die kindgerechten Beispiele für jeden 13-Jährigen, wenn ich sage, was hat ein Känguru in Australien, der Neanderthal in der Steinzeit und der Alphidum gemeinsam? Dich, weil du jetzt aufgrund dieser Worte um dich rum irgendwelche Sachen verstreust, die nur hier und jetzt Gedanken sind. Gibt es da irgendwas zu diskutieren? Das ist hundertprozentig sicher. Der Glaube, dass der Ausdau in Alphidum ist, auch wenn du nicht dran denkst, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist, wenn ich sage, ich zeige dir, dass 99,999% von all dem Zeug, was für normale, normierte, geistlos nachöffnende Affen, hat es hundertprozentig sicher erscheinen, kann kein Mensch prinzipbedingt überprüfen, nicht einmal, wenn er wollte. Wie willst du mir beweisen, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Ein Fetzen, Papier, ein Film, das sind alles keine Beweise. Wenn irgendwas in einem Buch drinsteht, das sind keine Beweise. Es ist dann was bewiesen, wenn du es hier und jetzt de facto überprüfen kannst. Da müssen wir jetzt aber wissen, was de facto bedeutet. tatsächlich, was du überprüfen kannst ist, und das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass das Wort Faktum ja wirklich bedeutet, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass du jetzt an was denkst und in dem Moment, wo du das jetzt denkst, entsteht hier und jetzt eine Information, das ist es Faktum. Und die Information, die du jetzt denkst, die du hier und jetzt als Information in dir aufbaust, die wird genauso sein, wie du sie denkst. Das kannst du dann auch verwirklichen auf deiner Verabrede, wenn du glaubst, dass es unabhängig von dir draußen existiert. Das bezweifelt keiner, das ist ja die große Falle, du kannst jetzt auch einen dritten Weltkrieg mit Atombomben verwirklichen in dir und das wird passieren, umso mehr Angst du davor hast. Weil du steigerst dich immer mehr rein, du bekommst das, was du hast, hast du. Das heißt, alles was du bekämpfst, du denkst an das, was du bekämpfst. Alles, was du zwangsläufig, dass du jetzt an irgendetwas denkst, was du nicht haben willst und durch dieses Nicht-Haben-Wollen dieser Dinge, die du denkst, da schaffst du jetzt diese Dinge, die du denkst. Ein ganz simples Prinzip. Jawohl. Ich meine einfach, wenn ich da dieses Blatt Papier habe... Der Papier erweckt. Er hat es gerade gesagt, der zweite Udo. Hör zu. Ich bin ihm ins Wort gefallen, dem Pixelmensch. Ich meine einfach, wenn ich da dieses Blatt Papier... Der Papier erweckt, ich hebe das hoch und schaue, was darunter ist. Hochhebe, dann sehe ich, was darunter ist. Das war sozusagen versteckt. Es war ver-es-de-Eck. Da müssen wir jetzt wirklich in die Sprache tiefer reingehen. Der Tisch mit der Maserung, das hat existiert. Das ist nicht sozusagen neu entstanden dadurch, dass ich ihn sehe. Das ist das Problem. Es entsteht jeder Gedanke, den du denkst, vollkommen neu. Da außen ist nichts. Es ist da auf dem Programm. Das ist aber eine ganz andere Ebene, von der deine Welt überhaupt nichts weiß. Da müssen wir jetzt in den Quantenmichot oder wie soll deine Welt, was ist die Welt, WLD ist dein polarer Land. Das mache ich jetzt nicht nochmal her, im Hebräischen. Das Prinzip, jetzt ist aber dieser, und das lasse ich jetzt gut sein, dieser von dir jetzt ausgedachte Physiker, Nobelpreisträger, muss man jetzt sagen, ist im tiefsten Inneren eigentlich immer ein Kind geblieben. Ich finde ihn genauso klasse wie viele andere auch. Bloß es bleiben Gedanken von mir, die mir vormachen, wie man es eigentlich nicht macht, weil sie nicht bereit sind, ihr jetziges Studium, ihr ganzes Wissen zu opfern. Du musst, wie beim Computer, mein Haar, du musst es auf Null setzen, du musst komplett diese, ich sage, diese Basic-Betriebssystem-Welt, die ganzen Basic-Programme, die auf Basic-Betriebssystem laufen, wirst du irgendwann nochmal in die Donne klopfen müssen, um ein Windows-Betriebssystem zu bringen, ein höherwertiges Betriebssystem. Schauen wir mal hier kurz rein. Dann lasse ich den Satz noch. Eine der Fragen, von denen ich weiß, dass sie den Herrn Erzbischof interessiert und auch mich interessiert, ist die Frage des Verhältnisses zwischen Naturwissenschaften und Religion. Oder allgemeiner zwischen Wissenschaften und Religion. Ich gebe eine ganz klare Antwort, es ist überhaupt kein Verhältnis, es ist im Prinzip das selbe, es sind bloß andere Glaubenssätze, es sind die einen wie die anderen verbreiten Dogmen, raumzeitliche Dogmen. Und die haben beide, weder die eine noch die anderen, haben in irgendeiner Form verstanden, was in ihren heiligen Schriften drinsteht. Ein Physiker hat keine Ahnung, was in Physikbüchern drinsteht, ich sage dir nochmal, ich beweise dir arithmetisch präzise, dass nur in der speziellen Relativitätstheorie eigentlich arithmetisch bewiesen wird, dass außerhalb deines Kopfes gar kein Licht existieren kann. Das sagt diese Formel aus. Das kann man übrigens dann auch nachrechnen, wenn man sich an die wirkliche arithmetischen Rechenregeln hält und nicht dieses Nachgebesserte, dass man bei einem Wurzelbegriff die eine Seite einfach weglässt. Man lässt immer von der Welle eine Seite weg, dass man die andere anschauen kann. Die kann man durchaus beide anschauen, dann weiß ich aber, dass die zwei nochmal als Diapositiv-Negativ da sein müssen. Ich muss eine Seite abdecken, um die andere erfahren zu können. Ich brauche diesen Unterschied. Das ist ein Prinzip, das lehre ich dir mit Holofeeling und dasselbe geht für die Religionen, dass niemand spuckt mal in Jesus Worten mehr ins Gesicht wie irgendwelche christliche Gemeinschaften. Egal was für eine Art von Christensekten du dir anhängst, wo ist diese Sorge dich nicht ummorgen? Wo ist das Liebe deine Feinde? Diese ganzen Gutmenschen jetzt, diese Kriegshetzer, es ist so offensichtlich, diese Lügen, diese unendliche Lügen, die die offiziellen Medien hinfahren. Nichts kann man leichter durchschauen und jetzt nochmal, ich betone, bei Holofeeling geht es nicht, welche Seite richtig ist. Es geht um die Mitte, es geht, wer denkt sich das aus, wer erlebt das? Meinst du, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, was erleben kann? Das ist die Falle der Naturwissenschaft, die Sache mit dem Gehirn. Das Thema des heutigen Vortrages, wie es im Programm steht, ist mir erst heute bei Ansehen des Programms bekannt geworden. Es kann dir nur heute bekannt werden, du kannst gestern nichts wissen und morgen nichts erfahren. Ich sehe darin ein Wirken des Heiligen Geistes. Bingo! Das bedeutet für mich, dass es ein Weiterwirken der heutigen Thematiken geben wird, die wir heute... Frage, was denkst du, wenn du an den Heiligen Geist denkst? Ein ausgedachter Heiliger Geist ist kein Heiliger Geist. Das ist wie mit dem Mittelpunkt. Der Heilige Geist ist der Punkt, aus dem wir in Weich und Wendal entspringen. Aber sobald wir uns den Punkt denken, ist der, was ausgedacht ist. Der Heilige Geist ist das Ganze, das Nichts im Hintergrund. Das ist alles. Das ist so viel geschweizt. Wir reden wieder von einem Heiligen Geist, denken sich dabei was aus. Was ist Heiliger Geist? Ich wiederhole mich jetzt selbst. Was ist Geist als Ding an sich? Du wirst keine perfekte Definition von dem Wort Geist in irgendeinem deiner Bücher, in deinen Erklärungen, in deinen Videos finden. Du bist Heiliger Geist. Du, der Geist, den ich das jetzt erkläre. G, E Quadrat, G ist der Geist, rot gelesen ist die Trinität, die drei. Gimmel. Das ist jetzt schon der erste und da steckt die Einsteinschongel schon mit drin. Dieser ganz einfache Buchstabe 1, 2, 3. Wir werden jetzt auch A, B, C machen, dann hast du das Licht. Das ist die drei. Datverschwert ist 200, das ist der Wert für den Kopf symbolisch. Das ist der Kopf. Und dieses Gimmel, interessanterweise hier mit 2M geschrieben, der Geist des Meeres von Gott. G, E, I, 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 I ist das Meer, M, E Quadrat, R, von Gott. Wenn wir das jetzt hier so umsetzen. Dieser Geist wird im Hebräischen aber nur mit einem ausgeschrieben. Gimmel. Und dann wird es jetzt, das macht jetzt natürlich im ersten Moment gar nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt, was hat das mit einem Kamel zu tun, mit dem Kameltreifer? Wichtig ist, entwöhnen, reif werden, vergelten, vollenden. Das sind immer diese vielen Seiten, aber 3F. 3 ist immer der Kopf des Schöpfergottes. Aber das Interessante in dieser Radix ist, ich habe gerade gesagt, schon hier, ist die Einstein-Formel mit drin. Das ist kein Witz und das ist auch kein Zufall. Es ist ganz, ganz bewusst der Schöpfe. Und ich sage, genau diese kleine Formel beweist ja eigentlich, dass außerhalb dieses Geistes überhaupt kein Licht, gar nichts existieren kann. Da kann von außen nichts kommen. das erkläre ich dir arithmetisch ganz, ganz präzise. Und dann wirst du feststellen, dass auch alle Formen und alles lückenlos ineinander aufgehen. Da muss man nicht ständig mit der Physik Reunormierungen machen und all den ganzen Tag. Aber um dich zu beschreiben, muss ich Worte benutzen. Und diese Worte sind Existenzen. Das ist existierendes. Worte sind etwas, was in dir auftaucht. Schon ein interessantes Wort. Wort beginnt mit einem W. Schau das kleine Bild ab, wenn ich es immer so mache. Das kannst du dir alles hersuchen. Ich wiederhole das ja ständig, gebetsmillenhaft. So, und dann können wir das jetzt mal da wieder zurückspringen. was hier eigentlich viel, viel wichtiger ist, wie wichtiger ist, dass du wirklich, mir geht es in erster Linie jetzt erst einmal darum, dass du weißt, was du selbst bist, was deine Gedanken sind. Und du musst es keinen erklären. Du musst keinen überzeugen mit Holophilien, du kannst da nirgends eintreten. Das kostet dir auch kein Geld. Aber wenn dann immer reden, Gewäsch von Selten, es zerstört, alles, was du dir sehr geglaubt hast. Was ist das Eigentliche? Jetzt, weil ich natürlich ein Niemand bin, fällt mir das relativ leicht, aber wie willst du das erwarten? Jetzt denk einmal, du hast das Programm von einem Professor oder von einem Arzt. Dir wird bewusst, dass du ein ganzes Leben lang in einer großen Lüge gelebt hast, weil du nur geistlos nachhörst. Das ist dann eine Prüfung. Also du musst immer jetzt von dir aus gehen und da tun sich einfache Brüssel wesentlich leichter. Darum sage ich, was jetzt hier rum sitzt, sind in der Regel relativ einfache Brüssel, was nicht heißt, dass ich nicht auch hier hochdottierte Professoren und so gehabt habe, aber die meisten fallen dann eigentlich wieder die Gemma von Nummer sicher und halten Liebe im Mund. Und ich sage, du musst ja keinen überzeugen. Das ist bei den Lehren. Du weißt, das spiel immer, wenn ich jetzt diese Helene nehme, die du hier links des Pixelmännchen, je nachdem, wie der jetzt umschaltet, das ist, es ist lauter, ob das jetzt normale Lehrer sind. Ich sage, mach ganz normal deinen Job weiter. Du musst nichts verändern. Du spielst eine Rolle auf der Bühne und wenn du Lehrer bist, dann wirst du feststellen, dann lehrst du das, was du zu lernen hast. Das sind ja auch Wissenselemente. Das schöne und Holofeeling ist ja, dass ja alles Wissen sind kleine Baselstückchen vom Heiligen Ganzen. Das ist, ich betone, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt, egal was einer behauptet. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Jesus wurde gekreuzigt, der wurde nicht gekreuzigt. Ich erkläre dir bloß, warum der das glaubt. Ich habe den Koran reingehämmert und den anderen haben wir das neue Testament reingehämmert. Und wenn ich jetzt die Zeitachse noch verschiebe, wo ja immer alles jetzt ist, dann kann ich dir auch sagen, wenn einer glaubt, das ist auf einer Scheibe, ist das vollkommen logisch für den. Und der, der glaubt, das ist auf einer Kugel, das ist auch logisch für den. Aber das ist alles Wissen, das eigentlich durch sein sollte. Du willst ja irgendwann nochmal vor höhere geistige Ebene aufsteigen. Das wird passieren, wenn du deinen jetzigen Trugschluss durchschaut hast. Es passiert von alleine, so wie du älter geworden bist. Es ist eigentlich in diesen dreimal, dreimal, drei Wachstumsstufen schon immer passiert. Also hoffe bitte nicht, dass irgendwie die Menschen in deiner Welt das, was ich dir, Geist jetzt erkläre, wissen müssen, dass die Welt besser wird. Deine Welt, sage ich, ist eine Führerscheinprüfungsbogen. Und eine Führerscheinprüfungsbogen ist voller Fehler. Noch krassere Fehler, wenn ich als Udo in meiner Derbensprache sage, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du erkennst. Und jetzt hör genau zu, so geistlos und blöd, so dumm. D-U-M-M heißt übrigens geistlose Materie. Du bist zwei M-M und jeder Mom-End M-O-M ist M-Waff-M heißt M und M. Die M und M's. Das ist auch kein Zufall in der Werbung. Meine Magie-Düten-Suppe, die ich so oft erwähne. Die Magie. Das ist Mag, ist der Zauberer, der Magier und G ist der Geist Gottes. G-I übrigens im Hebräischen heißt am Blau gelesen, das Gehirnintellekt, der lässt dich hinabsteigen. Darum heißt es hinabsteigen. In das Tal, dann gehst du über den Jordan. Ich sage das so auf die Radix Jordan. I-R-D. Da kommt das Wort I-R-D-I-SCH. Ödisch. I-SCH heißt so Formwert. Du musst über den Jordan gehen, du steigst hinab in eine Traumwelt. Du bist zur Zeit ganz unten, glaube ich es mir. Ganz, ganz unten. Auf dem Tiefstand des Geistes, dass es zur Zeit, dass es jetzt wieder bergauf geht, aber erst, wenn das jetzige zerstört wird, vollkommen zerstört wird. Entweder durch dich selber, weil du einfach dir die Scheiße nicht mehr ausdenken willst, oder ich will dafür sorgen, dass es auch in deinem Traum zerstört wird. Der Säugling muss zerstört werden, dass er Schulkind wird. Wo ist das Problem? Das ist für dich logisch. Der Säugling muss zerstört werden, dass er Erwachsener wird. Die Schulkind, Entschuldigung, das Erwachsener. Der Erwachsener muss zerstört werden, dass du in die Wechseljahre kommst. Deine Schwierigkeit ist dieser Vielglaube, dass du meinst, das Spiel endet dann, wenn sich dein Körper auflöst. Aber der löst sich doch schon auf, wenn du nicht dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass der Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, ist schlichtweg und einfach, dass du glaubst, dass ein Gedanke auch dann existiert, wenn er nicht gedacht wird. Er ist da, auf dem Programm, aber existieren du da erst, wenn er auftaucht. Hast du dir mal aufgefallen, dass das Wort auftauchen eigentlich ein Oxymoron ist? Weil tauchen heißt ja hinuntergehen und auf heißt nach oben gehen. So wie das Entstehen, weil die Vorsilbe, wenn etwas entsteht, setzt sich was in Bewegung. Setzt sich was in Bewegung. Wenn ich immer sage, der widerspricht sich ja laut. Nein, ich widerspreche mir nicht. Ich rede immer bloß von der ganzen Welle. Und du willst mit aller Gewalt immer nur eine Seite als richtig akzeptieren. Dann muss ja die zwangsläufig, die andere verkehrt, die Kehrseite verkehrt sein, aber die ist im selben Moment trotzdem da. Wenn es jetzt hell ist, ist es jetzt auch finster. Ja, aber auf der anderen Seite der Erdkugel, die ich mir ausdenke. Wurscht, es ist trotzdem jetzt gedacht. Es ist ein ganz anderes System. Die Welt ist komplett, du lebst in einer riesengroßen Lüge. Und wo kommt die Lüge her? Weil du geistlos das nachäffst, was dir die Klugen, mach zwei Bündchen über das U drüber, wie Lügen. Die Weisen deiner, angeblich Weisen deiner Welt in einer absoluten Finsternis leben. Jetzt ist ja, die Finsternis kann man auch umdrehen, weil das nämlich Krishna ist. Das Obskure kann ich positiv und negativ sehen. Weil du musst das doch mal wissen, in unserem Einheitskreis haben wir vier Seiten, wir haben zwei Plus und zwei Minus. Ein Plus Plus, Plus Minus und ein Minus 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 Plus. Ich habe ein Standbild von dir und kein Ton mehr. Das ist ein Zeichen. Dein Ton ist nicht da. Das ist ein Standbild. Zack. Petsch machen, oder? Ja, wir werden Petsch machen. Okay, also machen wir einen Petsch. Ich bin da. Läuft er noch? Jetzt kommst du dann wieder. Langsam, aber das Bild noch nicht, der Ton so ein bisschen. Es ist, nee, es ist genug. Lass uns Petsch machen. Immer du auf Aufzeigen wählen. Ich kann es nicht ausschalten. Ich kann es nicht ausschalten.